Die Tricks der, nicht Polizei, sondern heute Staatsanwaltschaft. Heute gehen wir richtig tief rein, also quasi in der Ebene höher. Dann wirst du dir jetzt denken, Tricks der Staatsanwaltschaft? Nein, die Staatsanwaltschaft ist doch die objektivste Behörde der Welt. Die wenden doch keine Tricks an. Also den Ausdruck, den Spitznamen hat die Staatsanwaltschaft in Deutschland wirklich die objektivste Behörde der Welt. Aber ja, auch dort werden hin und wieder Tricks angewandt. Heute geht es um den Strafbefehl. Ehrlicherweise muss ich zugeben, der Trick ist nicht immer nur negativ. Der kann auch mal eine Win-Win-Situation sein für alle Beteiligten. Aber starten wir mal. Es gibt ein Ermittlungsverfahren gegen dich. Diebstahl, Körperverletzung, Betrug, keine Ahnung, Untreue, was auch immer. Wenn es den ersten Tatverdacht gibt, dann eröffnet die Polizei den Vorgang. Die Polizei ermittelt, die Staatsanwaltschaft eröffnet dann das Ermittlungsverfahren und dann ermittelt die Polizei, befragt Zeugen, sammelt Beweise, befragt den Beschuldigten und schickt dann die Akte an die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft muss dann eine Entscheidung treffen. Was machen wir jetzt mit diesem Ermittlungsverfahren? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die erste und schönste Möglichkeit für den Beschuldigten ist, die Staatsanwaltschaft stellt das Ermittlungsverfahren ein. Dann ist das Verfahren beendet. Du gehst mit weißer Weste aus dem Verfahren raus, bist nicht verurteilt, bist unschuldig. Die zweite Möglichkeit ist, die Staatsanwaltschaft klagt es an. Das heißt, die Staatsanwaltschaft schreibt eine Anklage, schickt die ans Amtsgericht und das Amtsgericht muss dann darüber entscheiden, über die Anklage und dann gibt es in den allermeisten Fällen eine Verhandlung vor Gericht mit Urteil. Und dann gibt es auch die dritte Möglichkeit, quasi im Mittelweg. Es gibt den sogenannten Strafbefehl. Das läuft so, dass die Staatsanwaltschaft den Strafbefehlsentwurf schreibt. Das heißt, die entwerfen quasi dein Urteil, schicken das ans Gericht. Das Gericht prüft es, ob es insgesamt so stimmig ist und schickt es dann dir zu. Das heißt, du kriegst per Post dein Urteil. Den Strafbefehl. Das klingt irgendwie hart, Strafbefehl, aber es ist ein Urteil. Das ist eine Verurteilung. Das ist keine Einstellung gegen Gelderauflage, das ist kein Friedensangebot vom Gericht, sondern ein Strafbefehl ist eine Verurteilung, wenn er rechtskräftig wird. Das heißt, du kriegst dein Urteil per Post. Da steht dann drin, kurz zusammengefasst, was dir vorgeworfen wird, was so an Beweisen die Staatsanwaltschaft sich angedacht hat. Natürlich steht im Strafbefehl dann auch noch drin, wegen welchem Delikt du überhaupt verurteilt werden sollst. Diebstahlbetrug, untreue Körperverletzung, was auch immer. Spannend wird es dann relativ weit hinten. Ganz weit unten im Strafbefehl steht dann ziemlich fett gedruckt, wie denn jetzt das Urteil eigentlich dann lauten soll. Und da steht dann, nach den Beweisen, gegen sie wird eine Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen verhängt. Und im nächsten Satz kommt dann der Trick. Geldstrafe in Höhe von 60 Tagessätzen. Oft werden wir dann als Strafverteidiger gefragt, ja wie hoch ist denn so ein Tagessatz normalerweise, wenn wir Prognosen abgeben sollen, wo die Reise hingeht in einem Strafverfahren. Wie hoch ist denn ein Tagessatz? Ein Tagessatz ist in der Regel das Monatsgehalt durch 30. Grundsätzlich müsste der Tagessatz eigentlich die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse widerspiegeln, aber in aller Regel nimmt man einfach das Monatsgehalt durch 30. Netto übrigens. Das heißt, was du im Monat aufs Konto bekommst durch 30, das ist dein Tagessatz. Kann sich jetzt jeder ausrechnen, keine Ahnung, ich verdiene 350.000 Euro im Monat durch 30, ja wird teuer. Oder ein Student hat dann wahrscheinlich irgendwie so 450 Euro mit BAföG oder was auch immer, 450 Euro, wären wir bei 15 Euro Tagessatz. Tagessatz. Und dann kommt der Trick im nächsten Satz. Der Tagessatz wird auf 40 Euro festgesetzt. Und es sind sehr oft 40 Euro. Und genau dort liegt der Trick, bei den 40 Euro. Warum 40 Euro? Im Ermittlungsverfahren vorher wirst du meistens von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft mehr oder weniger direkt gefragt, was du beruflich machst und was du verdienst. Wenn du keine Angaben dazu machst, wie dein Einkommen aussieht, wie viel du im Monat verdienst, dann muss die Staatsanwaltschaft dein Einkommen schätzen. Wenn die Staatsanwaltschaft nicht mal deinen Beruf kennt, die wissen nicht, was du beruflich machst, dann muss die Staatsanwaltschaft natürlich sehr kreativ schätzen. Und der Trick liegt dabei, dass die Staatsanwaltschaft ganz, ganz oft auf 40 Euro schätzt. Wenn jemand berufstätig ist, dann wird auf 40 Euro geschätzt. Wenn jemand nicht berufstätig ist, dann wird meistens auf 15 Euro geschätzt. Der einfache Grund dafür ist, also zumindest einer der Gründe, die ich unterstelle, es ist so eine Art kleines Friedensangebot. Und da liegt der Vorteil. Wenn die Staatsanwaltschaft ganz, ganz niedrig schätzt, wie wird denn unabhängig davon dein nächster Schritt aussehen? Wenn du den Strafbefehl zugestellt bekommst, dann kannst du Einspruch einlegen, wenn du sagst, nein, ich bin unschuldig, ich möchte jetzt vor Gericht gehen, dann legst du Einspruch ein und dann wird es vor Gericht verhandelt. Und dann sitzt du im Gericht und sagst, ja, ich bin unschuldig, argumentierst, 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 und irgendwann wird Staatsanwaltschaft oder Gericht dich dann fragen, ja, was machen die denn beruflich? Und dann sagst du, ja, ich bin Geschäftsführer im Malerbetrieb meiner Eltern. Keine Ahnung. Ja, was verdienen die denn so? Äh, ja, äh, ja, wenn ich ehrlich bin, so, ja, so 3,5 netto. Das ist etwas mehr. 3.500 Euro netto, da bist du deutlich über 100 Euro pro Tagessatz. Und damit hat dich die Staatsanwaltschaft und das Gericht. Die sagen dann zu dir, also im Strafbefehl haben wir 60 Tagessätze zu je 40 Euro. Das sind 2.400 Euro. Sie sagen uns jetzt, dass sie über 3.000 Euro verdienen. Das heißt, der Tagessatz würde sich fast verdreifachen. Und wenn sie heute hier verurteilt werden mit ihren 60 Tagessätzen, dann wird sich auch die Geldstrafe verdreifachen. Das heißt, sie können natürlich, natürlich sind wir unvoreingenommen als Gericht und wenn sie heute freigesprochen werden, ist natürlich alles in Ordnung. Aber wenn sie heute verurteilt werden zu 60 Tagessätzen, dann werden sie dreimal so hohe Geldstrafe zahlen wie mit dem Strafbefehl. Wäre es denn nicht vielleicht zu überlegen, ob sie den Einspruch gegen den Strafbefehl zurücknehmen. Und dann sitzt du da. Du hast eine kleine Chance auf den Freispruch, weil statistisch ist einfach die Chance auf den Freispruch relativ klein. Und du hast eine Chance, dass sich die Geldstrafe, wenn du bei 60 Tagessätzen bleibst, verdreifacht. Dazwischen gibt es noch die Möglichkeit, dass du vielleicht nur zu 40 Tagessätzen verurteilt wirst oder zu 20 Tagessätzen. Aber auch dann wird es teurer als der Strafbefehl. Weil das Strafbefehl sprechen wir über 2400 Euro. Und wenn du jetzt verurteilt wirst zu 30 Tagessätzen, dann sind es zwar nur 30 statt 60 Tagessätze, aber bedeutend höhere Geldstrafe. Und da gibt es ja immer noch die unwahrscheinliche Möglichkeit, dass du nicht zu 60 Tagessätzen verurteilt wirst, sondern vielleicht zu 90, 120 oder 150. Es kann ja noch schlimmer werden. Und da kommt noch so ein kleiner Trick der Staatsanwaltschaft ins Spiel, dass die Staatsanwaltschaft immer beim Strafbefehl davon ausgeht, von der sogenannten Geständnisfiktion. Das heißt, beim Strafbefehl ist es so, die Staatsanwaltschaft unterstellt dir, wenn du den Strafbefehl akzeptierst, damit gibst du die Straftat zu. Der Strafbefehl ist quasi dein Geständnis. Das heißt, die 60 Tagessätze gehen strafmildernd, eingepreist davon aus, dass du schon ein Geständnis abgelegt hast. Wenn du jetzt Einspruch einlegst, gehst vor Gericht und sagst, ich möchte freigesprochen werden, ich bin unschuldig, dann fällt das Geständnis weg. Die Geständnisfiktion ist weg. Der strafmildernde Umstand, Geständnis, ist weg. Und dann wären das in 60 gerne mal 80 oder 90. Und dann bist du vielleicht nicht mehr bei 60, sondern bei 80 oder 90 und nicht mehr bei einer Tagessatzhöhe von 40 Euro, sondern vielleicht bei 100, 120. Und dann wird es richtig teuer. Kurzer Hinweis. Also erstens, das ist jetzt kein richtig hinterhältiger Trick, sondern es ist eigentlich so ein Friedensangebot der Staatsanwaltschaft. Das ist eher so, wir drücken eineinhalb Augen zu, sagen, ja, 60 Tagessätze ist für uns, scheint angemessen, aber wir schätzen jetzt mal wohlwollend auf die 40 Tagessätze. Heißt, das ist unser Friedensangebot. Wir schätzen dich niedrig und dafür lassen wir den Strafbefehl Strafbefehl sein, lassen ihn rechtskräftig werden und treffen uns nicht vor Gericht. Du machst uns keine Arbeit und deine Geldstrafe ist ein bisschen humaner. So kommt es einem bisschen vor. Zumindest kommt es so beim Empfänger des Strafbefehls an, weil du ja durchaus in der Überlegung bist, lohnt es sich denn jetzt finanziell Einspruch einzulegen oder nicht. Trotzdem wichtiger Hinweis von meiner Seite. Wir haben jetzt doch schon ein paar tausend Strafbefehle hinter uns. Es lohnt sich oft. Also oft lohnt es sich natürlich nicht, ist klar, man muss auch aufs Finanzielle schauen, aber oft lohnt es sich auch dagegen Einspruch einzulegen. Und nicht nur, weil man sagt, ich möchte freigesprochen werden, sondern auch, weil man sagt, ich möchte vielleicht meinen Führerschein retten oder ich bin Ausbilder im Handwerksbetrieb und darf mir keine Vorstrafe leisten oder ich habe einen Waffenschein, einen Jagdschein, einen Pilotenschein, bin Erzieher oder bin Beamter. Es gibt so viele Gründe, warum es zwingend erforderlich sein kann, gegen den Strafbefehle Einspruch einzulegen. Sogar auch mal das Risiko einzugehen, dass man sagt, ja, dann kriege ich eben am Schluss 90 statt 60 Tagessätze und zahle statt 3.000 12.000 Euro. Das Risiko kann es im Einzelfall wert sein, wenn man sagt, okay, ansonsten fliege ich meinen Führerschein, meine Karriere, ich arbeite im Außendienst, und ein paar Monate ohne Führerschein bin ich uriniert. Es gibt sehr viele Fälle, wo es wichtig und richtig ist, gegen den Strafbefehl Einspruch einzulegen. Aber man muss es prüfen und man muss es sich vorher überlegen und keine Entscheidung treffen ohne Akteneinsicht. Und das Wichtigste ist, man kann den Einspruch gegen den Strafbefehl auch zurücknehmen. Das heißt, wenn du ein Strafbefehl kriegst, man kann einfach mal Einspruch einlegen, kann sich die Akte kommen lassen, kann den Fall analysieren und dann kann man überlegen, zieht man es durch oder nimmt man den Einspruch zurück. Und dann wird der Strafbefehl rechtskräftig und alles ist in mehr oder weniger bester Ordnung. Zumindest ist da nichts passiert, man hat kein Risiko durch den Einspruch. Ja doch, minimales Risiko, muss ich erwähnen, passiert aber in der Praxis sehr, sehr selten. Wenn man Einspruch einlegt gegen den Strafbefehl, muss es ja vor Gericht gehen, dann muss es vor Gericht auch verhandelt werden. Und man kann jederzeit den Einspruch zurücknehmen, bis zum Beginn der Hauptverhandlung. Das heißt, bis die Verhandlung eröffnet wird, alle stehen auf, das Gericht tritt ein, alle setzen sich, die Verhandlung wird eröffnet. Bis zu diesem Zeitpunkt kannst du den Einspruch zurücknehmen. Ohne Wenn und Aber. Wenn du aber in der Hauptverhandlung drin sitzt, wenn vor Gericht gegen dich verhandelt wird, dann, sagen wir, über dich verhandelt wird, dann muss die Staatsbefehl zustimmen. Das heißt, dann kannst du nicht mehr einfach den Strafbefehl als Einspruch zurücknehmen, sondern dann muss die Staatsbefehl dem zustimmen. Und wenn die Staatsbefehl nicht zustimmt, dann gibt es ein Urteil. Und zweiter Hinweis, der aber tatsächlich sehr selten vorkommt, wenn du Einspruch einlegst gegen den Strafbefehl, dann ist der Strafbefehl erst mal eher vom Tisch. Der liegt quasi nur noch in der Akte. Und der ist dann eher wie eine Anklage zu behandeln. Dann kann die Staatsanwaltschaft den Strafbefehlsantrag zurücknehmen. Bedeutet, die Staatsanwaltschaft sagt, ja, boah, jetzt, wenn wir nochmal drüber nachdenken, jetzt haben wir vielleicht auch neue Beweise, irgendwo ist noch ein neuer Zeuge aufgetaucht, den wir vorher nicht im Blick hatten, oder du warst so unvorsichtig und ich würde schon sagen, dumm, dass du in deinen Einspruch irgendwelche Begründungen reingeschrieben hast, was man nie tun sollte, und daraus ergibt sich noch was, was strafschärfend ist, dann sagt die Staatsanwaltschaft, okay, wenn wir es so betrachten, nehmen wir jetzt den Strafbefehlantrag zurück und klagen an. Dann klagen wir es eben direkt an und dann geht es direkt in die Hauptfahnen und dann hast du keine Chance mehr, irgendeinen Einspruch zurückzunehmen, weil dann gibt es den Strafbefehl nicht mehr, sondern dann gibt es eine Anklage. Und das ist bedeutend schlimmer.